Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Parts in Bleed Pixels. So, ich hab mich endlich mal wieder dazu, ja, rumgerissen, das Spiel auch mal wieder zu spielen und, ja, was haben wir hier? Eine Scheißstelle mit auf uns zukommenden Kreissägen und, ja, ich denke mal, ich werde failen, weil ich habe auch nicht irgendwie geübt oder so und, ja, ich habe mal, geguckt, das letzte Mal gespielt habe ich das Spiel am 18.12. und wir haben jetzt den 20.01. Gut, bis das Video kommt, haben wir wahrscheinlich den, ähm, obei, wir hatten vor 17 Minuten noch den 19. Also, Monaten, Tag, hab ich das jetzt nicht mehr gespielt gehabt und, ja, gut, bis das Video kommt, haben wir jetzt den 22. oder, keine Ahnung, ja, 22. dürfte es sein, aber es ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, ich sollte jetzt mal hier gucken, dass ich, äh, loslege. So, erstmal hier, alter, es ist doch einfach nicht machbar, na, ja, so wie ich es mache, auf jeden Fall mal nicht. Na, komm, 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 Mill, mach mir nicht so Stress hier. Komm, so geht doch. Nein, was, was ist das denn? Okay, vielleicht solltest du es mal mit diesem Daschen probieren. Ich glaube, das hatte ich in der Tat in der letzten Folge auch... Oh, come on. Kann dieses Mistding dann jetzt einfach mal ein bisschen sterben gehen? Ja, genau. So kann man es natürlich auch machen. So bist du tot und ich aber auch. So. Alter, das muss doch funktionieren hier. So. Nein, ich, was mache ich denn? Ach man, ich stehe da so blöd unter dem... Ich weiß nicht, also ich schaffe dieses Level hier nicht. Zumindest nicht, wenn ich so weitermache. Ich bin auch zu zaghaft, zu vorsichtig. Alter, was mache ich denn eigentlich? Gut. Ähm, ziemlich blöd mich anstellen, würde ich sagen. Alter. Nein, Alter, das geht doch gar nicht. Das gibt's doch nicht. So. So funktioniert das Daschen auf jeden Fall mal. Einfach, einfach... Na. Moment mal. Ah, nee. Ich muss... Ich muss... Okay, jetzt muss ich schlagen und bewegen drücken. Und das im richtigen... Ja, Moment quasi. So. So funktioniert auf jeden Fall dieses Daschen. Aber... Nein. Nein. Ach, come on. Das darf nicht wahr sein. Ich schaffe das einfach nicht hier. Ich glaube, den machen wir halt hier weg, bevor... Damit er nicht stört. Oh, come on. Ich springe mich immer noch... Vorher noch an diese... Dieses, äh... Ding da oben. Dann komme ich natürlich hier nicht hoch. Ja. Prima. Das funktioniert ja alles hier. Alter. Alter. Nein. Ich, äh... Mach's aber auch nicht so, wie ich's... Äh... Machen sollte. Ja. Hier muss ich natürlich immer wieder... Da wäre es ja echt... Genial gewesen, wenn ich den Speicherpunkt schon dann hier hätte. Dann bräuchte ich nicht jedes Mal noch diese Passage machen. Auch wenn's nicht viel ist. Alter. Ich trau mich halt einfach nicht... Hier so zu machen. Alter. Das gibt's doch nicht. Komm. Du willst mich doch verarschen. Ich will hier... Ich will hier ein... Ich will hier ein Save-Point haben. Nein. Ich darf hier nicht... Ich darf hier nicht mal speichern, ey. Ich bin jetzt hier mal durchgekommen. Und darf nicht speichern. Also, ich... Ich wäre hier sowas gefunden. Gefistet gleich, ne? Nein. Alter. Weg mit euch. Alter. Nein. Was muss ich denn hier machen jetzt? Weg. Die Gegner da oben... Sollen mich mal... Gerne haben. Nein. Was? Mach ich? Ach, come on. Das darf doch nicht was. sein. Das habe ich mal geschafft darüber. Dann springe ich einfach mal so in die Tiefe, ne? Na, super. Aber gut. Ich bin... Momentan... Erstmal... Positiv... Gestimmt. Alter. Na. Na. Erstmal positiv gestimmt. Dass ich es doch schaffen kann. Weil ich es doch schon nochmal... Geschafft habe. Zumindest... Stück weit, ne? Und dann mache ich so einen Scheißfehler. So. Nein. Ach, jetzt... Ist... 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 Ah, Mann! Wie zum Teufel... Kann das dauernd sein, dass ich mich... so blöd anstelle? Also, das... Das kann ja eigentlich nur... sich blöd anstellen sein. So. Los geht's. Ja. Wenn ich da schon so blöd dranhänge, dann kann es schon immer funktionieren. So. Ach, Mann! Dieses Mistviehsta... Also... Ja, toll. Nur noch ein Herzchen. Also, ich muss mich jetzt gerade mal einmal von so einer Säge treffen lassen. Ja, zum Beispiel so. Und dann bin ich wieder hinüber. Also, ich sollte eigentlich... da rüber kommen, ohne mich auch nur einmal von einer Säge treffen zu lassen. Alter, muss dieses... kleine Mistkäferchen... mich da doch so treffen. Alter, warum... Warum gehe ich da weiter, als ich muss? Und springe dann einfach mal gegen die Decke? Das darf doch wohl nicht wahr sein hier. So. Das klappt manchmal echt so gut. Gut, und dann... Dann bin ich wieder echt mies. Alter! Weiter geht's. Alter! Weg, 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 weg! Alter! Müssen die mich auch so doof treffen? Hier könnte ich quasi nach oben... mich begeben, aber das ist mir so... so... vain jetzt, diese... paar Gegner hier. Oh, nee. Alter, das darf doch wohl nicht wahr sein. Nein! Das Viech trifft mich einfach! Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was ist das für eine Scheißpassage hier? Ich komm doch da nie und nimmer. Ach, du... Leck mich doch am... Leck mich doch am Sagi. Ihr könnt mich alle mal kreuzweise... Ja, du musst mich natürlich noch mal treffen hier. Ja. Ja, super. Ihr könnt mich alle so kreuzweise hier... kleinen Mistviecher. Alter! Als ob das sein muss. Ah, diese Passage wenigstens kriege ich jetzt hin. Mann, würde ich wenigstens mal... so einen kleinen Speicherpunkt hier... Würde ich mich wenigstens mal hier gönnen? Nein! Überhaupt nix! Gar nichts! Nada! Null! Nichts! Einfach nur... Fies! Fies sind sie. Mehr nicht. Ja, genau. Du triffst mich jetzt auch noch, du... Uhre... Sohn. So, das Ding muss ich halt leider mal kurz... immer vorher wegmachen. Ja, du musst mich jetzt treffen, ne? Als ob es nötig ist. Ey, jetzt kriege ich es hier... Na, ja, das war fail. Ey, jei, jei, jei. Also, ich glaube, ich werde noch ein paar Mal brauchen, aber ich werde es schaffen hier. So, und du kannst mich jetzt mal... Hm. Gut. Das war nichts. So. So. Ach, come on. Ich glaube, ich muss die Viecher hier doch... mühsam vorher noch beseitigen. Ich kann da jetzt nicht einfach dran vorbeispringen. Ich dachte, ich könnte vielleicht... So. Aber das läuft so leider nicht. So, aber das läuft... Nein, nein, nein! Na, verdammt nochmal! Was ist denn das? Jetzt habe ich... Bin ich wieder gegen die... Decke gehüpft. Mann! An dem letzten Scheiß-Hindernis! So, jetzt hat aber hier ein Weh, wenn... Na, super. Oh! Ich bin aber auch echt so behindert... ...in diesem Spiel. Behindert schlecht im Springen in allem. Prima. Also, hier könnt ihr euch auf jeden Fall auf einen längeren Part einstellen. Super. Und schon ein Leben wieder verloren. Ach, come on! Das... Ich war doch schon... ...droben, Mensch! Also, hier kann man... Hier, das wird auf jeden Fall ein längerer Part. Weil ich werde hier jetzt erst aufgeben, wenn ich den nächsten Checkpoint hier habe. Ach, komm, jetzt... Jetzt kriege ich es wieder nicht mehr hin. Naja, okay. Kann auf jeden Fall länger dauern. Wenn nicht, äh... Boah, keine Ahnung. Schneide ich vielleicht auch in... ...mehrere Teile oder so. Ich weiß ja nicht... ...wie ich am besten mache. Holla, die Waldfee! Alter! Alter! Meine Interesse, wenigstens habe ich jedes Mal noch... ...keine Leben verloren. So, der ist mal weg. Und hier machen wir mal so. Ja! Alter, nein! Du musst... Ach, come on! Das gibt's nicht! Ja, komm! Hau mich kaputt! Hau mich kaputt! Komm! Noch einmal! Ja! Hast du fein gemacht! Boah, come on! Das gibt's doch wohl nicht! Kleines... ...mistviech! Äh, es ist... Äh, probieren wir es halt mal kurz. Alter! Dieses Mistviech da... ...zu besiegen... Ach, come on! Ja, das war eigentlich... ...äh... ...eh... ...eh... ...ehe schon nichts mehr... ...machbares hier mit... ...äh... ...zwei Herzen Schaden. Alter! Das gibt's doch wohl nicht! Ja! So, mach das nur! Schwing dreimal dein Schwert und... ...weg ist... ...die Luzi! Ich hab gleich keine Lust mehr! Alter, gehst du mir auf den Sack! So! Ich muss mich mal kurz kratzen hier. Meine Fresse aber auch! Ähm... ...was wäre eigentlich, wenn ich hier an der Stelle nochmal zurücklaufe? Oh man, also mit einem Herzen überstehe ich das... ...oh, oh, oh, oh! Nie und nimmer! Aber sowas von nie... ...und nimmer! Ich musste eben gerade kurz sogar husten. So, das Ding ist mir völlig wurscht, ja. Checkpoint ready! Nein! Das darf doch wohl nicht wahr sein! Ich fliege hier einfach von dieser Speichplattform runter. Wie soll man das denn schaffen, bitte? Ja, ja, ich weiß, dass es möglich ist. Ich hab's auch schon gesehen, dass es möglich ist. Ja! Ja, wie er gerade gestöhnt hat hier. Der kleine Mistkäfer. Alter, Verwalter! Ach gut, die hab ich wieder mal hingekriegt, so ganz ohne irgendwas. So, das funktioniert auch ganz gut. Aber hier! Nein! Nein, wie soll das... Ach man, wenn ihr mich von der Plattform schubst, das gibt's doch nicht! Alter, warum krieg ich dann da keinen Sprung hin? Warum ich die Dinger alle einsammle? Ach, come on! Ja! Mach ruhig! So! Bin mal gespannt! Ja! So! Auf jeden Fall mal weg, das Ding! Ach, was mach ich denn jetzt schon wieder? Warum springe ich gegen die Sägestadt gegen... Ach, komm! Ich könnte mich hier aufregen... ...zum spiel, weil es einfach manchmal echt fies ist. Ach, ja, ich spring zu früh, ne? Das bleibt zu früh stehen. So, ich würde ja echt gerne mal wieder... Ja, sag mal, sag mal, sag mal so und auch ein paar mehr Folgen von dem Spiel aufnehmen als eine, der ich einfach wieder mal nur versagt... Du bist doch echt so ein misskleines Viech. Ja, aber teilweise doch auch so dumm, ey! Nein! Boah, ich hab mich nochmal gerettet hier. Alter Verwalter! So, jetzt bin ich mal gespannt... ...wie es diesmal läuft. So, einfach wegkicken, diese drei Gegner da oben, die sind mir jetzt so egal. Nein! Ich kann doch hier nicht so durchkommen, Mensch, wenn dieses Mistviech mich nervt! Mann! Das darf doch wohl nicht wahr sein! Ach ja, ich steh nebendran, aber es trifft mich trotzdem, ne? In deinem scheiß Durstflug. Tum, tum, da sag ich jetzt Geiste zu. Ich hab halt einfach Scheiße gemacht eben. Toll. Das schießt sich einfach eigentlich so dumm, aber... Und ich bin zu blöd. Alter! Alter, ich krieg's nicht mal hin, hier adentlich zu springen. Ah! Sind wir jetzt richtig stehen zu... Oh, jetzt... Das war wieder... Ein Scheißsprung war das. Alter, warum... Ja, ich, äh... Mach hier nicht weiter, wenn ich jetzt... ...mit allen Leben durchkomme. Wenn das Ding schon zu nahe ist, krieg ich einfach den Sprung verwehrt, ne? So. Ach, Mann! Ach, Mann! Ach, ja. Ich dachte eben schon, das wäre wieder zu früh gesprungen, aber... Alter, warum? Verdammt nochmal! Springe ich da so scheiße, dass es nicht klappt? Ich will jetzt aber auch eines auf keinen Fall machen. Und das ist... Das wäre... Von Tastatur auf... Controller wechseln, weil... Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich es dann auch nicht besser hin bekäme. Ja, toll. Ein Leben noch... Oh, ho, 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 ich springe ich da noch gegen diese Stachen. Das gibt's doch nicht. Ach, come on. Ich glaube... Hier ist doch mal... Ja, keine Ahnung. Ich weiß jetzt auch nicht, was da noch... Alles... Ach, ich kann hier nicht einmal kurz umgucken, ne? Ich wollte mich ja nur ganz kurz umgucken, ne? Alter, jetzt muss das Vieh einfach mal ganz anders angreifen als sonst, ne? Aber es ist eigentlich auch ganz, äh, witzig, ja? Wenn die, äh, K.E. nicht immer das... Verfickt dasselbe macht. Ja, jetzt musst du einfach schnöde dreimal... Das Schwertschwinger machen. Wobei, das könnte die K.E. sich hier auch sparen. Hier jedes Mal anders zu reagieren. Oder öfter mal anders. Ey, jetzt hat's mal wieder so super geklappt. So. Toll, wenn ich hier doch wenigstens mal speichern dürfte. So ein kleiner speichern dürfer. Wäre doch eigentlich mal ganz cool, aber nein. Alter, ich bin hier mal... Nein! 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 Und da drüben kommt noch so ne... So ein Ding, was ich aufhacken muss. Alter, wenn ich doch wenigstens ein bisschen mehr Zeit kriege, um... So, so ein bisschen mehr Zeit kriege, um... ... diesen... ...Geist hier... ...platt zu machen. Oh, das war so knapp. Ein bisschen mehr Zeit für den Geist bräuchte ich. Das wäre ganz cool eigentlich, aber... Ich hab' den... ...Geist... ...geschafft... ...gerade. So, wie ist das hier jetzt? Alter, nein! Ich krieg' nen Savepoint! Checkpoint! Juhu! Halleluja! Alter Verwalter! Jawoll, Digga! Jawoll! Rallamaka! Sam! Gut! 25 fucking Minuten hat das jetzt hier gedauert. Aber ich hab's geschafft! Ich hab's... ...verdammt noch mal geschafft! Aber da unten, das sieht auch schon wieder echt mies aus. Aber, in der Tat, ich nehm' jetzt direkt gleich auch noch eine zweite Folge auf. Also, für die nächsten zwei Folgen ist auf jeden Fall gesorgt. Auch wenn's in der nächsten Folge ist, vielleicht mal wieder nicht mehr klappen wird. Aber, das werden wir sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Part! ... ... ... ...